Hallo, ich werde ja immer gefragt, was man in Berlin so tolles machen kann. Und ich habe schon ganz viele Posts geschrieben, die verlinke ich euch alle unten in der Bio-Box. Aber was ich wirklich jedem empfehlen kann, der zum ersten Mal in Berlin ist oder es auch noch nie gemacht hat, eine Hop-On-Hop-Off-Tour. Ganz klassisch, da bekommt man nämlich den besten Überblick über Berlin. Und ja, ich nehme euch jetzt mit, denn die mache ich heute. Bis zum nächsten Mal. Musik Das war also die Tour. Wenn ihr Bock habt, der Link ist unten drin. Und wenn ihr jetzt noch losziehen wollt, um die coolsten Knacken und Bars in Berlin zu entdecken, dann schaut mal nebenan, habe ich euch mein Video von Berliner Bars verlinkt. Macht's gut, abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich. Tschüss.